Hey Leute, warte jetzt bei Let's Play Minecraft. Es ist dacht, wir gehen mal schlafen. Ich werde, der liegt schon da. Ja, der liegt schon da. Also wir teilen uns unser Bett nicht mehr. Vielleicht machen wir ein eigenes Bett für ihn mal. Ach Mist, ich wollte ja immer alle aufstehen lassen. Mist, egal. Er ist auch wieder wach. So, steh mal auf. Passt. Weg ist der. Der braucht ein eigenes Bett. Da ist der. Ich weiß nicht, was wir da machen. Vielleicht richten wir hier was Kleines ein. Oder wir richten ihm das da oben. Nein, das ist blöd. Da kommt er ja nicht mehr runter. Oder rauf. Oder er kriegt hier eine kleine Kammer. Oder hier hinten. Hier hinten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Schreibt doch mal, wo er, wo er sein, der, unser Hausverwalter so, sein Plätzchen haben soll. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können ihn auch bei den Tieren einquartieren. Also bei den Hunden. Dass er irgendwie hier jetzt ein Bett kriegt oder so oder am Fenster entlang und dann bei den Hunden schläft. Das könnten wir auch machen. Ich meine, das ist unser Hausverwalter. Er kümmert sich auch um die Hunde. Während wir nicht hier sind. Und allgemein. Nach fast zwei, äh, nach über tausend Fallen kümmert sich mal jemand um euch. Nicht schön, oder? Jetzt ist er raus. Na ja. Das ist ein Creeper. Ich muss erst mal ausziehen. Wir haben nämlich eine angeschlagene Spitzhacke. Alles da rein. So, das kommt wieder runter. Ich glaube, ich möchte den Creeper mitnehmen. Was denn? Ist jetzt die spawned? Ist die spawned. Toll. Na gut. Dann halt nicht. So, sehen wir mal nach, was wir heute machen. Übrigens, nur mal kurz zur Wähnung. Ich habe Java mittlerweile auch aktualisiert. Also da bin ich wieder auf der neuesten Version. Achso, das war er. Okay. Ich dachte, jetzt wäre schon wieder ein Fisch raus. Und dann dachte ich mir, hey, von links? Naja. So. Was machen wir? Wir haben hier zwei, vier, sechs, acht Punkte. Acht wäre etwas Neues. Wir machen die vier. Okay, die vier. Das sind zwei, vier. Der Leuchtturm. Oh. Okay. Dann machen wir jetzt beim Leuchtturm weiter. Das wird ein bisschen dauern wieder. Aber ich nehme den... ...Wassereimer mit. Der kann da rein. Nein, nein. Wir lassen ihn da. Da ist er gut aufgehoben. So. Auf. In die Mine beim Leuchtturm. Das wird wieder so lange dauern zu laufen. Aber egal. Irgendwann müssen wir ja auch mal vorankommen, oder? Und wir haben mittlerweile... Ich glaube, wir haben eine... ...eine Schlucht jetzt schon von zwei oder drei Stellen entdeckt. Vielleicht kommen wir ja auch irgendwann mal in diese Schlucht. Und dann ist es vielleicht plötzlich so viel weniger. Kann ich mir gut vorstellen. Und sobald wir das endlich mal durchhaben, dann wird der Weg auch... ...kleiner sein, indem wir laufen müssen. Hm. Hätte ich da jetzt einen gesehen, hätte ich ihn noch getötet. Aber... ...nein. Waren wahrscheinlich irgendwo hinter einer Wand oder so. Boah, das wird richtig spannend, wenn wir hier beim Leuchtturm mal fertig werden. Beim Tempelberg sind wir jetzt eher schon so weit, dass wir eine Schlucht sind. Und danach... Wir haben eigentlich nichts mehr außer dieser Schlucht. Gut, vielleicht kommen wir dann von der Schlucht aus wieder in Höhlen. Aber... Naja. Ich glaube auch nicht, dass es da viel weiter geht. Also nur noch die Schlucht und dann sind wir da fertig. Und dann können wir da auch endlich weiter bauen. Und ich freue mich schon auf den Tag, an dem wir auch beim Leuchtturm endlich mal ein bisschen weiter kommen. Denn wir sind ja beim Tempelberg sind wir schon so weit, dass wir alles auskleiden und fertig bauen. Und hier beim Leuchtturm sind wir immer noch so weit... ...äh, äh, immer noch bei dem Schritt, dass wir die ganzen Sachen alle rausnehmen. Die ganzen Rohstoffe. Das haben wir beim Tempelberg ja eigentlich schon alles fertig. Aber beim Auskleiden haben wir nochmal eine Höhle gefunden. ...die wir vorher nicht gesehen hatten. Und deswegen... ...machen wir das da gerade. So, aber heute habe ich wieder... Ich weiß nicht, ich glaube der Weg hin dauert drei Minuten, oder? Und der Weg zurück natürlich auch. Aber ich nehme heute etwas länger auf. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir auch gut vorankommen. Auch wenn wir jedes Mal so lange brauchen. Ich könnte auch die Endertruhe mal mitnehmen. Das wäre auch eine Idee. Dadurch können wir doppelt so viel mitnehmen und sparen uns sozusagen einmal hin- und zurücklaufen. Das heißt, wir sparen uns sechs Minuten. Das wäre doch eine Idee. So, hier hoch. Da oben sind wir eigentlich. Und wir haben da auch schon sehr viel rausgenommen. Das nächste wären diese Kohleblöcke hier. So, dort hinten geht es weiter. Eigentlich hier. Hier. Da sind wir ja hier unten. Wenn ich mich nicht täusche. Oder? Ich bin gerade... Ich weiß gerade nicht mehr so recht. Es könnte auch sein, dass wir hier sind. Hallo, Fledemaus. Ich glaube, wir sind hier unten. Kann das sein? Da gehen wir ja von oben weiter. Muss ich aber auch nochmal hochschauen. Ja, ich glaube, da habe ich gesagt, mache ich von hier oben weiter und fertig. Und hier hatte ich schon alle... Das ist schon länger her, dass wir hier waren. Deswegen weiß ich das nicht mehr so genau. Also man kann hier runter... Gab es hier oben etwas, wo wir noch nicht fertig waren? Vielleicht dort hinten. Hier waren wir tatsächlich noch nicht. Aber... Hier geht es auch so weiter. Das machen wir vielleicht später. Und hier haben wir... Ah, hier haben wir eine Schlucht. Okay. Oh, hier ist ein Zombie. Da haben wir aber wieder Fackeln. Und hier auch. Waren wir hier irgendwo? Ah, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, dass wir hier noch am Arbeiten waren. Wir haben hier eine Schlucht. Und ich glaube, wir kamen hier irgendwie auch wieder raus. Wo geht es dann weiter? Dann mit Diamanten. Ich glaube, wir waren hier, oder? Ich würde zuerst aber mal diese Lava wegmachen wollen. Die nervt mich gerade ein wenig. Nicht gut. Ja, nicht gut. Okay, das ist die Lava, die wir von dort oben sehen. Das heißt, wir machen die jetzt mal weg. Das ist die Lava hier. Das heißt, um da unten weiter wachen zu können, müssen wir die Lava erstmal wegkriegen. Aber vielleicht haben wir Glück und sie ist jetzt schon weg. Wir hatten echt Glück, das ist nur diese eine Schicht gewesen. Mehr war das nicht. Okay. Also das da oben lassen wir mal. Ich glaube, wir holen uns jetzt einfach mal den Kies. So, den haben wir. Dann holen wir uns... Jetzt machen wir erstmal Licht. Hauen wir uns hier das Eisen. Sehr schön. So, hier... Müssten wir hier noch aufmachen. Passt. Ich möchte nochmal kurz überall durchgehen. Hier haben wir zum Beispiel... Hier haben wir noch was. Sehr schön. Jetzt holen wir hier noch einen. Und hier... Also das mit Bedrock ist immer so eine blöde Sache. Aber naja. Irgendwann... Bisher hat das immer geklappt. Irgendwann hört das auf. Irgendwann hört das auf mit dem Bedrock und dann war's das. Oh, Redstone! Sehr schön. So, dann haben wir das. So, wo geht es dann noch weiter? Was da passt. Was passt. Jetzt haben wir hier natürlich noch ein bisschen mehr gefunden. Aber ich möchte diesen Bedrock auch endlich mal wegkriegen. Dass wir einfach mal ein bisschen weitermachen können. Wir finden dadurch auch immer wieder Rohstoffe. Wie hier zum Beispiel jetzt das Eisen. Sehr schön. Super. Okay, dann jetzt hier noch. Dann hier. So, wir brauchen mal wieder ein bisschen Licht. So, und Stein kriegen wir da doch auch jede Menge. Falls wir ihn mal brauchen. So, dann das hier noch weg. Dann hier. Hier kommt hier wieder eine Fackel hin. Dann machen wir jetzt mal da weiter. Dann hier. Irgendwie ist die Musik gerade aus. Oder leise. So, dann. Das passt. Hier mache ich auch eine Fackel hin. Das hier noch. Super. Dann sind wir jetzt hier fertig. Dann noch hier. Super. Dann das hier noch. Jetzt sind wir hier leider wieder ein 9. Da ist Redstone. Ich kann das jetzt erst noch nicht mehr nehmen. Aber jetzt. Habe ich alles? Sehr schön. Okay. Dann geht es hier weiter. Ah, jetzt sind wir hier. Ja, das ist cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Sind wir einmal einfach mal nur so ein bisschen drum rum. Ähm, so. Das kommt hier einfach weg. Das passt. Dann das hier. Passt. Das hier. Hier. Passt. 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 Der hier. Super. Hier fehlt ein bisschen Licht. Okay. Okay. Der hier muss weg. Dann machen wir jetzt wieder ein bisschen weiter. Und das war's. So. Dann. Kommt die hier noch weg. So. Dann geht es hier wieder nach oben. Und das Erde oder so. Da möchte ich auch hoch. So.